Wo man schon sagt, in jeder Beziehung zählen die Menschen. Die Filiale direkt hier auf dem Marktplatz. Ein weiterer Partner, die Firma Berna Matza. Ihr kompetenter Partner, wenn es um Gassanitärheizung geht. Aller der Wienergie, Solar- und Wärmebunden und vieles mehr. Am Straußweg 8, 8071 Hausmann Städten. Und Ihr Profi rund ums Bauen, das Baubedarfszentrum Wagner, der Bauprofi in Ihrer Nähe. Ihr Partner, wenn es um Bauen geht, Grazer Straße 28 in Hausmann Städten. Und weiter geht's mit einem sehr bekannten Bauunternehmer, Manfred Matza Bau. Ob Neubau, Zubau, Umbau, Trockenbau, Verputz, Fassaden oder Hausfirmung. Der Profi aus Hartzberg Graz, wenn es um Bauen geht, in Ihrer Umgebung. Und nicht zu vergessen, einen Sponsor haben wir noch. Aus Fernetz, das Gastrosburger Profer, am Kirchplatz 1 in Fernetz. Wird seit einigen Jahren äußerst erfolgreich von Sieg und Martin Matza bin ich geführt. Das Restaurant für alle Anlässe, alle Arten. Hochzeiten, Kaufen, Firmenfeiern, Geburtstagfeiern, Weihnachtsfeiern oder Einkommen. Ein gemütiges Dinner zu zweit. Gerne verwöhnt sich das Team von Gastrosburger Profer in angenehmer Atmosphäre mit kulinarischen Köstlichkeiten in der Region. Wenn ihr wählt, der Pugatropa.at. So, meine Damen und Herren, jetzt nicht zu vergessen, vom Bauernbund unter Obmann Franz Matz. Also der 14. Bergenlauf, in wenigen Minuten geht es los. Jetzt sehen wir noch einmal den Nikola. Ich glaube, der schaut ab bis zum unserem Vizeprägermeister endlich, aber ich bin mir nicht sicher. Mit einem Eingliederberg und dann geht es bald los. Worauf wir alle warten. Genug der Sponsoren, was sehr wichtig ist. Bald startet hier die erste Gruppe bei ihrem Heimlauf.